Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der gemeine Stechmücke, auch bekannt als brummende Mücke, ist ein Insekt aus der Ordnung der Zweiflügler und gehört zur Familie der Stechmücken. Dieses Insekt ist wegen seines Stechverhaltens beim Menschen sehr unbeliebt. Der gemeine Stechmücke zeichnet sich durch einen braunen Körper aus, hat eine schlanke Körperform, zarte Körperstruktur, lange und dünne Beine, längliche, durchsichtige Flügel und einen runden Kopf mit großen, komplex aufgebauten Augen. Männliche Stechmücken besitzen auffallend federartige Fühler. Der Hinterleib kennzeichnet sich durch charakteristische weiße Flecken und der Stechapparat ist vom Typ kauend saugend. Der gemeine Stechmücke erreicht eine Körperlänge von 4 bis 6 mm und wiegt etwa 2,5 mg. Die durchschnittliche Lebensdauer dieser Mückenart beträgt 21 Tage. Ihr schlanker Körper ermöglicht es Ihnen, sich fast unbemerkt zu bewegen, während Ihre langen Beine und der spezialisierte Stechapparat für die Blutaufnahme bei Wirbeltieren, vor allem bei Säugetieren und Vögeln, optimiert sind. Die braune Färbung hilft Ihnen, in Ihrer natürlichen Umgebung unauffällig zu bleiben. Weibliche gemeine Stechmücken ernähren sich von Blut verschiedener Wirbeltiere, hauptsächlich Säugetieren und Vögeln, um Eier zu produzieren. Männliche Stechmücken hingegen ernähren sich ausschließlich von Nektar, Pollen und anderen pflanzlichen Stoffen. Diese Ernährungsweise platziert Sie in einer spezifischen Position innerhalb der Nahrungskette, wo Sie einerseits als Bestäuber agieren und andererseits als Beute für verschiedene Tiere dienen. Vögel, Fledermäuse, Spinnen und andere Insektenfresser zählen zu Ihren natürlichen Feinden. Der gemeine Stechmücke ist weltweit verbreitet und findet sich auf allen Kontinenten. In Polen ist er weit verbreitet und überall häufig anzutreffen. Er bevorzugt die Nähe des Menschen, was bedeutet, dass er sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten zu finden ist. Sein Vorkommen ist nicht auf einen spezifischen Lebensraum beschränkt, vielmehr ist er in feuchten Gebieten wie Sümpfen und Teichen sowie in der Nähe von Wasseransammlungen aller Art besonders häufig anzutreffen. Im Sommer sind diese Mücken praktisch überall präsent. Sie überwintern ausschließlich als befruchtete Weibchen in verschiedenen Verstecken und zeigen die größte Aktivität in der Dämmerung und Nacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020